Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um den zukünftigen schweren Waffenträger der Bundeswehr. Wenn euch Sicherheitspolitik interessiert, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los! Seit der Auswahlentscheidung im Februar 2022 steht fest, dass der schwere Waffenträger-Infanterie auf Basis des Australischen Combat Reconnaissance Vehicles, kurz CRV, realisiert werden soll. Am 10. Juli 2023 wurde ein Grundsatzabkommen zwischen Deutschland und Australien für die geplante Beschaffung unterzeichnet. Dieses basiert auf der Zusammenarbeitserklärung, welches der parlamentarische Staatssekretär Hitler am 23. März 2023 in Australien unterzeichnet hat. Der schwere Waffenträger-Infanterie soll die veralteten Wiesel, MK und Melz in den Jägerbataillonen ersetzen. In einem ersten Schritt soll jedes Jägerbataillon 12 Boxer CRV erhalten. In der Zielstruktur soll jedes Jägerbataillon über 26 schwere Waffenträger verfügen, jeweils vier in den schweren Zügen der drei Kampfkompanien als direkte taktische Feuerunterstützung und 14 in den schweren Kompanien der Jägerbataillonen, die entweder die Kampfkompanien unterstützen oder ein eigenes Manöverelement bilden können. Der schwere Waffenträger-Infanterie soll sowohl zur begleitenden als auch zur direkten taktischen Feuerunterstützung genutzt werden können. Das Heer hat laut eigenen Angaben einen Bedarf von 121 Systemen. Der Zulauf der ersten Fahrzeuge ist ab 2025 geplant, bis 2031 soll die Beschaffung abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,9 Milliarden Euro, welche aus dem Sondervermögen Bundeswehr finanziert werden sollen. Bevor wir zum eigentlichen schweren Waffenträger-Infanterie kommen, noch kurz ein paar Infos zum Jägerbataillonen als solches, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Der Jägerbataillon ist ein 8x8 Radfahrzeug, welches innerhalb der Bundeswehr für Führungs-, Unterstützungs- und Transportaufgaben genutzt wird. Aktuell verfügt die Truppe über 405 GTK-Boxer in vier verschiedenen Varianten. Aufgrund der Trennung zwischen Fahr- und Missionsmodul wird ein höchstmögliches Maß an Modularität erreicht. Der GTK-Boxer verfügt über einen 720 PS starken Motor, der das Fahrzeug auf maximal 103 km pro Stunde beschleunigt. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 36,5 Tonnen. Der Boxer ist gegen direkten Beschuss, Panzerabwehrminen und Artilleriesplitter geschützt. Neben dem ballistischen Schutz verfügt der GTK-Boxer noch über eine Nebelmittelwurfanlage, mit dessen Hilfe sich das Fahrzeug der gegnerischen Sicht entziehen kann. Womit wir zum schweren Waffenträger-Infanterie als solches kommen. Dieser basiert also auf dem GTK-Boxer, genauer gesagt auf dem australischen Boxer CRV Block 2. Dieser verfügt über ein neues, bisher noch nicht in der Bundeswehr eingeführtes Fahrmodul. Dieses verstärkte Fahrmodul ist notwendig, um das erhöhte Gefechtsgewicht aufgrund des Kampfturmes zu händigen. So wurde das zulässige Gesamtgewicht des australischen Boxer CRV von 36,5 auf 38,5 Tonnen erhöht. Die Besatzung des zukünftigen schweren Waffenträger-Infanterie wird aus einem Kommandanten, einem Richtschützen und einem Fahrer bestehen. Kommandant und Richtschütze finden im bemannten Lenz 2 Block 2 Turm von Rheinmetall Platz. Die Truppe hat sich für einen bemannten Turm entschieden, da nur so ein direkter Sichtkontakt und eine direkte Absprache mit der abgesessen kämpfenden Infanterie sichergestellt werden kann. Die Bewaffnung besteht aus einer 30 mm Maschinenkanone MK-30-2ABM, welche sich bereits im Schützenpanzer Puma bewährt hat. Die maximale Kampfentfernung der Maschinenkanone liegt bei 3000 Meter. Daneben wird der schwere Waffenträger-Infanterie auch noch über ein koaxiales Maschinengewehr im Kaliber 7,62 mm verfügen. Sowie über einen integrierten Werfer für das mehrrollenfähige leichte Lenkflugkörpersystem, sehr wahrscheinlich in der Version LR2 mit einer maximalen Kampfentfernung von 5000 Metern. Technisch möglich wäre auch noch die Installation einer fernbedienbaren Waffenstation auf dem Turmdach mit einem 40 mm Granatwerfer oder einem schweren Maschinengewehr. Allerdings ist dies wohl von der Bundeswehr bisher nicht vorgesehen. Der schwere Waffenträger-Infanterie soll über störresiliente Funk- und Führungsausrüstung verfügen, welche den Anforderungen des Heeres im Rahmen des Vorhabens Digitalisierung landbasierter Operationen entsprechen. Im Gegensatz zum australischen Boxer CAV wird der schwere Waffenträger-Infanterie nicht über eine eigene Absitzkomponente verfügen, sondern den hinteren Kampfraum vorerst zur Mitnahme von zusätzlicher Munition verwenden. Die strategische Verlegbarkeit soll auf dem Seeschienen- und Luftweg möglich sein. Dafür sollen die Fahrzeuge beispielsweise mit einem A400M der Luftwaffe transportiert werden können. Bei der Planung des schweren Waffenträgers wurde auch darauf geachtet, dass das System zukünftig noch Aufwuchspotenzial hat. Insbesondere in den Bereichen Schutz, Bewaffnung, Sensoren sowie die Nutzung des hinteren Kampfraumes. Der Ukraine-Krieg verdeutlicht, wie wichtig eine hochmobile Gefechtsführung mit hoher Abstandsfähigkeit ist, insbesondere gegen mechanisierten Feind. Diese Lehre wird bereits jetzt durch die Forderung nach einem modularen hinteren Kampfraum in der Planung berücksichtigt. Die Idee des Heeres ist es beispielsweise, den schweren Waffenträger-Infanterie zukünftig als Trägerplattform für Unmanned Aerial Vehicles, kurz UAVs, und Unmanned Ground Vehicles, kurz UGVs, zu nutzen. So sollen die UAVs beispielsweise die Zielaufklärung verbessern und in Kombination mit weitreichenden Panzerabwehr-Lenkflugkörpern die Abstandsfähigkeit erhöhen. Die Unmanned Ground Vehicles sollen im hinteren Kampfraum mitgeführt werden können. Hier sind vor allem Combat-UGVs, also UGVs, die beispielsweise mit einer Maschinenkanone bewaffnet sind, im Fokus des Heeres. Diese sollen aus dem Fahrzeug heraus bedient werden können und so beispielsweise direkte Feuerunterstützung für abgesessene Kräfte liefern, welche in durchschnittenen Infanterie-Günstigen Gelände operieren. Auch über die Mitnahme von Loitering Munitions wird nachgedacht. Zum Schluss noch ein kurzes Fazit meinerseits. Der schwere Waffenträger-Infanterie ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Vorhaben zur Realisierung der mittleren Kräfte im deutschen Heer. Aufgrund des höheren Schutzniveaus und der leistungsstärkeren Bewaffnung des schweren Waffenträgers Infanterie im Vergleich zu den aktuellen Nutzung befindlichen Waffenträgern Wiesel, MK und Mels wird die Durchsetzungs- und Durchhaltefähigkeit der Jägertruppe deutlich erhöht. Gleichzeitig bleibt der logistische Mehraufwand überschaubar, da der schwere Waffenträger Infanterie auf dem bereits in den Jägerbataillonen eingeführten GTK-Boxer basiert. Ausnahmsweise ist auch mal die Finanzierung dieses Vorhabens dank des Sondervermögens gesichert. Und da man auf eine teure und langwierige Eigenentwicklung zugunsten einer Military-of-the-Shelf-Lösung verzichtet hat, dürfte es auch nicht zu erheblichen Verzögerungen oder Mehrkosten bei dem Vorhaben kommen. Und da ich in den Kommentaren zum Video über die mittleren Kräfte immer wieder die Frage gelesen habe, was denn nun der Unterschied zwischen dem schweren Waffenträger Infanterie und dem zukünftigen Ratschützenpanzer ist, hier einmal eine kurze Erklärung. Der schwere Waffenträger Infanterie verfügt wie bereits angesprochen über keine Absitzstärke, da der hintere Kampfraum für den Transport zusätzlicher Munition oder zukünftig halt UGVs verwendet werden soll. Der zukünftige Ratschützenpanzer hingegen wird über einen Schützentrupp bestehend aus Panzergrenadieren verfügen. Ich hoffe, damit ist jetzt jedem klar, was der Unterschied zwischen diesen beiden Systemen ist. Das war es auch schon zum schweren Waffenträger Infanterie. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. Und an euch ein recht herzliches Dankeschön fürs Zuhören und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.